Um Ihren Boden bestmöglich zu reinigen, empfehlen wir Ihnen den Twistmob aus der Professional-Serie von Vileda. Der Mop-Aufsatz besteht aus 100% Baumwolle, ist in der Waschmaschine waschbar und austauschbar. Im Lieferumfang des Twistmob ist eine mehrsprachige Gebrauchsanleitung enthalten. Nach dem Auspacken müssen Sie die beiden Einzelteile des Twistmob mit ein wenig Kraftaufwand zusammenstecken und schon können Sie loslegen. Zum Tauschen der Mop-Perücke wird zuerst die Plastikschraube am Mop-Ende gelöst. Die alte Perücke nach hinten schieben und über die Griffe abziehen. Mit dem neuen Mop in umgekehrter Reihenfolge verfahren. Den neuen Bezug von hinten über den Griff fädeln und nach vorne schieben. Zuletzt müssen Sie nur noch die Plastikschraube am Mop-Ende wieder festziehen. Beachten Sie bitte, dass Baumwollfasern länger zum Trocknen brauchen als Kunstfasern.